Heute habe ich euch mitgebracht das grüne Shokshuka. Das ist ein Gericht aus unserem Brunch. Wir fangen an. Wir haben hier schon geschälte rote Zwiebeln. Die schneiden wir einfach in Ringe runter. Muss nicht besonders fein sein, die werden sowieso püriert. Eine große oder anderthalb kleine Zwiebeln sollten reichen. Dann haben wir hier Ingwer. Das Bio-Ingwer, wer möchte, kann ihn schälen. Ich finde immer, wenn man den eh bio kauft, kann man ihn gut abwaschen und dann kann man ihn auch eigentlich mit der Schale gut verwenden. Wird auch wieder in feine Ringe geschnitten. So ein walnussgroßes Stück Ingwer sollte eigentlich reichen für das Rezept. Und hier haben wir noch frischen Knoblauch. Man kann auch gerne getrockneten verwenden. 2-10 Knoblauch. Dann habe ich hier drüben schon mal eine Pfanne vorbereitet. Kommt ein bisschen Öl hinein. Erstmal die Zwiebeln dazu. Man kann es auch ein bisschen schärfer machen. Wir haben hier eine Gewürzmischung, die wir absichtlich etwas milder lassen für unsere Gäste. Da wir es ja beim Brunch servieren und viele Leute morgens um 10 jetzt noch nicht besonders auf scharfe Gerichte eingestellt sind. Wer es etwas schärfer möchte, kann natürlich noch Chinis dazugeben. Die Gewürzmischung verrate ich euch dann gleich noch. Nach kurzem kann man schon den Ingwer dazutun. Der wird auch leicht mitgeröstet. Wenn die Zwiebeln so eine gewisse leichte Bräunung bekommen, dann können wir den Knoblauch dazu machen. Und räumen den auch etwas leicht mit an. Es soll nicht zu dunkel werden, es soll jetzt nicht extrem röstig schmecken, aber so ein bisschen der Geschmack von so leicht karamellisierten Zwiebeln ist schon sehr lecker da drin. Wenn nun alles so eine leichte Farbe bekommen hat und auch am Boden sich schon so eine gewisse, braune, ganz leichte karamellisierte Schicht gebildet hat, machen wir eine gute Flocke Butter dazu. Und in dieser Butter wird dann unsere Gewürzmischung angeröstet. Unsere Gewürzmischung, die wir benutzen, besteht aus Paprikapulver, Raselhanout, das ist eine arabische Gewürzmischung, ein bisschen Kreuzkümmel, ein wenig Chili und ein bisschen frisch gemahlener Pfeffer ist mit dabei. Genau, jetzt ist die Butter geschmolzen, können wir da schon unsere Gewürzmischung dazugeben. Shaksuka ist ja klassisch eigentlich ein arabisches Gericht, wo man eine Basis aus Tomaten vorbereitet. Tomate, Paprika, Chili und dann wird in dieser Tomatensauce werden dann die Eier gegart. Wir haben es ein bisschen abgewandelt und wir haben eben eine grüne Masse gemacht aus Spinat, ein paar Erbsen, ein bisschen Gewürze und machen dann Puschile-Eier mit dazu. Also es kommt klassisch aus dem arabischen Raum, aber wir haben es eben leicht abgewandelt, damit es nicht das gleiche ist, was man überall bekommt. Hier haben wir unseren tiefgefrorenen Spinat, das ist echt gut, wenn der tiefgefroren bleibt, weil das ist jetzt sehr heiß, wenn wir da den aufgetauten oder frischen Spinat dazutun, würde der Spinat sehr schnell grau werden. Damit der grün bleibt, machen wir einfach den tiefgefrorenen Spinat mit dazu. Dadurch kühlt die gesamte Masse ab und behält die schöne grüne Farbe. Genau, jetzt ist der Spinat drinnen, jetzt kommt noch ein Schlückchen Sahne dazu. Genau, wenn man unrohm organisierte Sahne verwendet hat, hat man oben immer noch diesen Trug dabei. Ja, jetzt lassen wir das alles leicht warm werden, entweder auf ganz kleiner Flamme, bis das alles aufgetaut ist, aber nicht mehr heiß geworden ist. Genau, in der Zwischenzeit, während das auftaut, können wir hier schon mal, haben wir die Schalotte. Die werden wir einfach über den Hobel ein paar Mal, haben wir hier so fein aufgehobelte Schalottenringe und die marinieren wir uns einfach mit ein wenig Sushi-Sou nennt sich das. Das ist ein Reisessig, der mit ein wenig Zucker gewürzt ist und vielleicht auch ein bisschen Kombo-Algenextrakt, je nachdem welchen man kauft. Funktioniert aber notfalls auch mit weichem Balsamico sehr gut. Und jetzt lassen wir das eine Viertelstunde ungefähr so stehen. Wenn es ein bisschen länger drin bleibt, ist auch kein Problem. Dadurch werden die Zwiebeln oder die Schalotten werden nur noch weich, verlieren ihre Schärfe und bekommen eben diese Süße von dem Sushi-Sou Essig und eine gewisse Säure. Ein bisschen Umami von dem Kombo-Algenextrakt, der oft in dem Sushi-Sou eben drin ist. Wenn dann der Spinat zum größten Teil aufgetaut ist, ein paar tiefgefrorene Stückchen dürfen noch drin sein. Wir haben hier einen Thermomix. Funktioniert aber mit jedem anderen guten Mixer, der ein bisschen Leistung hat, genauso gut. Deckel drauf und dann wird das Ganze einfach sehr fein gemixt. Wenn dann alles schön fein gemixt ist, haben wir eine schöne, grüne, intensiv riechende Basis für unser Schakshuka. Also wir schmecken die noch ab. Wir haben die Tomami, nennt sich das. Das gibt es mittlerweile in relativ vielen Bio-Supermärkten und auch in manchen anderen Supermärkten. Das ist eigentlich nur ein Abhang von Tomaten. Also da kommt nur das Flüssige von den Tomaten mit rausgetropft. Und das wird dann sehr, sehr stark eingekocht. Das ist ein dicker Sirup. Das hat sehr viel Süße, sehr viel fruchtige Säure. Und wenn man das nicht hat, kann man auch ein paar Tomaten einfach hier mit reinmachen. Aber mit dem wird es auf jeden Fall deutlich leckerer. Machen wir einen kleinen Schluck mit dazu. Und eben dadurch, dass wir noch kein Salz dran haben, wird es auch noch ein wenig gesalzen. Einmal kostenlos, wie es schmeckt. Perfekt. Genau. Jetzt lassen wir das noch einmal heiß werden. Durch den tiefgefrorenen Spinat ist er jetzt sehr kalt geworden. Und haben hier schon mal unser Wasser, wo wir die Eier pochieren. Das ist einfach nur heißes Wasser, ein kleiner Schluck Essig und da kommen dann die Eier hin. Also pochierte Eier sind Eier, die werden quasi wie gekocht, nur in einem etwas kühleren Wasser, was vielleicht leicht blubbert, aber nicht spudeln kocht und nicht in der Schale. Sondern wir nehmen diese Eier, schlagen sie, am besten geht das nämlich so, dann schlägt ihr in eine Schüssel schon mal auf. Hier haben wir unser leicht blubberndes Wasser. Könnte noch ein bisschen kühler sein. Ist auf der Gasplatte allerdings schwierig. Unsere Eier sollten so frisch wie möglich sein. Wenn sie besonders alt sind, funktioniert das mit dem Puschier nicht mehr so gut. Und dann ein bisschen vorsichtig ins Wasser knalten lassen. Während die Eier pochieren, lassen wir hier schon mal die Basis heiß werden lassen. Wir kommen noch ein paar frische Erbsen rein, damit es nicht einfach nur so eine glatt pürierte Masse ist, sondern dass ein paar Stücke mit dabei sind. Eben ein paar Erbsen, ein bisschen frischer Babyspinat, der Spinat soll jetzt nicht komplett verkochen, sondern nur so leicht zusammenfallen. Also, es soll heiß sein, aber trotzdem noch Biss haben. Und die Erbsen auch jetzt nicht verkochen lassen. Das dauert jetzt wirklich nur noch eine Minute, bis alles zusammen heiß geworden ist. Und dann ist es auch schon wieder fertig. Wir haben eine schöne Mischung aus der cremigen, butterigen, intensiv gewürzten Masse mit dem schönen, frischen, knackigen Gemüse drinnen. Also, die Eier brauchen ungefähr, wenn sie Zimmertemperatur haben, so drei Minuten im Wasser, würde ich schätzen. Wenn das Eigelb sich einfach so schön weich anfühlt, sind sie dann fertig. Das Eiweiß sollte natürlich fest sein und das Eigelb noch ein wenig cremig und flüssig in der Mitte. Dann haben wir unser Stück Schuka. Dann machen wir einmal unsere Basis unten rein. Hier formen wir zwei kleine Mulden, in die wir die pochierten Eier hineinlegen können. Dann haben wir unsere Schlottenringe, die mittlerweile seit 25-20 Minuten hier in dem Essig liegen. Dadurch sind sie eben viel weicher geworden, haben die ganze Schärfe verloren, sind schön süß, sauer. Die verteilen wir dann einfach ein bisschen hier drauf. Was auch noch sehr gut ist, wir haben hier noch ein bisschen was von unserer Gewürzmischung. Verteilen wir noch ein wenig auf den Eiern. Hier haben wir Ziegenfrischkäse, der wird einfach auch noch ein wenig überall verteilt. Hier ist noch Koriander. Ich weiß, viele Leute mögen keinen Koriander. Wer keinen Koriander mag, kann sich natürlich trotzdem austoben. Es passt auch sehr gut Minze, es passt sehr gut Petersilie. Einfach noch ein paar frische Kräuter, die noch ein bisschen so einen extra Geschmack geben, wenn man drauf beißt, so was schönes Frisches, Kräuteriges. Und so sieht es dann fertig aus. Genau. Unsere Bar hat uns dazu noch einen passenden Drink vorbereitet. Bei uns im Restaurant gibt es kein klassisches Wein-Pairing. Eine weitere Besonderheit an unserem Restaurant ist, dass wir Cocktails oder gemixte Drinks zu unserem Essen servieren. Zu unserem Shokshuka haben wir einen Drink, der besteht aus Benio Tome Shoshu. Das ist eine japanische Spiritose aus fermentiertem schwarzem Sesam. Ein wenig Apfel-Vergü für die Säure. Das ist ein Saft aus unreif gepressten Äpfeln. Und Hornmirin für die Süße. Ja, guten Appetit! Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de WDR 24 rem WDR 24 Untertitelung des ZDF, 2020